... ist die Krone, heißt die rote Krone von unserer Ägypten, die weiße Krone von unserer Ägypten und der König bekommt jetzt die Koppelkrone auf dem Kopf. Aber diese Frau ist eine von den Kleobatrasen. Das ist Kleobatra die Zweite, nicht die Siebte. Und das, was ich gemeint habe, schauen Sie bitte mal den Hinter, schauen Sie den Bauchnabel. Es ist nicht wie an dem Bild auf der anderen Seite. Ein Teil von den Farben kann man noch an dieser Säule sehen. Das schöne kleine...